Den bereits traditionellen Weihnachtsbasar im Foyer des Landhauses in Eisenstadt eröffneten Landeshauptmann Hans Niesl und Sozialhandelsrat Magister Norbert Darabosch am Dienstag, den 1. Dezember. Seit vielen Jahren werden burgenländische Behindertenorganisationen, Förderwerkstätten, Tagesbetreuungseinrichtungen oder Arbeitsloseninitiativen zur Ausrichtung eines Weihnachtsbasars im Landhaus eingeladen. In diesem Jahr wird der Basar von der Caritas mit der Behindertenkreativwerkstätte Wien-Passing und von Bromente mit den Wohnheimen Kofidisch und Lackenbach organisiert. Der Basar befindet sich im öffentlich zugänglichen Bereich des Landhauses und kann daher von jedermann besucht werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017